Ohje, jetzt hau ich ab. So. Wo sind wir denn jetzt schon wieder hin? Oh nein. Oh mein Gott. Zum Glück halten die nicht allzu viel aus. So. Hier ist glaube ich. So. Muss man jetzt hin? Ähm. Okay. Ah, dann müssen wir es hier rüber. Auch nicht schlecht. Hab so schön wieder auf dem Siegel vergessen, aber... Egal. So. Schwer dann, wenn wir es schneller schaffen jetzt hier. Wir haben das damals im Korb. Korbmodus gezockt. Das war cool. Hat ruhig richtig fallen gemacht. Hat ruhig richtig fallen gemacht. Und ist hier drin eigentlich. schön wieder eine Falle. Wie gesagt. Oh, die kommt sogar hier rein gerannt. Oh, das ist auch knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja, übrigens ein Secret. Gute Sache. Ja. Baurelm löst nichts davon. So. Gucken, was hier hinten noch ist. Früstung. Yeah. So. Ja, das denke ich mal. Wenn ich mit dem hier fahrte ich bin fange ich mit Call of Duty Modern Moffa an. Ich hoffe, dass er selbst bald funktioniert. Das war aber doch mal nicht so sinnvoll. Das macht einen ganz schönen Schaden, denke ich mal. Mensch, komm her. Da hinten ist auch noch einer. Die Kleinen sind nicht gefährlich, aber die Großen eben. Die sind nervig. So, hier vorne müsste jetzt eigentlich unser Symbol sein. Mal gucken, was da drüben noch ist. Nichts. Ich kann das schon wieder hören, ey. Ich kann das schon wieder hören, ey. Nein, ich schrei so wird natürlich versuchen. Ah, sie können zum Glück nur von unten kommen. Ja. Danke, ihrs noch. Bakt euch. So. Das sieht wieder lecker aus, hör. Hier geht es nicht auf. Das bedeutet wir müssen... Oh nein! Oh mein Ohr kitzelt! Ah! Einfach nur abkratzen! Ah! Oh ja dann noch Stimmverlust! Ein Selbstmordmensch! Ich glaube da geht auch klar der Decke runter! Oder? Nein! Der Decke bleibt oben! Hier muss man Schalter finden! Wursch! Oh mein Gott! So! Oh! Der Atensägen! Und mit der her! Mann, 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 Mann! Da oben ist auch noch was! Das muss ich mal holen! Da vorne ist unser benötigtes Symbol! So! Ich würde gerne mal hier reingehen! Wo geht nicht! Tür nicht verschlossen! Oh Mann! Oh Mann! Die sind richtig nervig, die Fiecher! Geht's denn hier eigentlich raus? Not... Ach so! ... ... ... ... ... ... Wo ist die Hauskund? Ah, ein Fuhlmann. Ich glaube jetzt muss man wieder so ein Riesenmonster bekämpfen hier. Mal gucken. Wo gehts hier irgendwie lang? Wollen wir mal die mitnehmen? Dann brauchen wir dann neue Waffe. Upsala. Eindeutig falsche Waffe. Haha. Ihr nervt. Hier gehts hier hinten lang. Ah, sehr schön. Zu früh. Ah, hier ist man. Ein goldenes Ark. Ego. Wauw. Wauw, kommen wir da hier. Wauw, kommen wir da hier.